Das Hotel Bonanza liegt in Costa Adelay in Teneriffa. Das Hotel Bonanza ist beliebt unter den Gästen, 82% empfehlen das Hotel weiter. 233 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,5 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5 von 6 Sonnen. Service Das Hotel bietet eine gute Servicequalität und wird in diesem Punkt mit 4,9 von 6 Sonnen bewertet. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,4 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 4,3 von 6 Sonnen. Gastronomie Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,1 von 6 Sonnen als gut bewertet. Sport- und Unterhaltungsprogramme Ein Großteil der Gäste ist zufrieden mit den Sportangeboten und Unterhaltungsprogrammen. Bewertet werden diese mit 4,1 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für's Zuschauen.